Jomi Baduja, liebe Freunde, herzlich willkommen zu unserem heutigen Video mit Joey. Wir werden heute ein Mix aus allem machen. Ein bisschen Bodenarbeit, ein bisschen mit Halsring reiten. Ich lasse mich mal überraschen, was so auf uns zukommt und was das Training heute so ergibt. Wie man sieht, ist Joey heute etwas geladen. Heute ist wieder so ein Tag, wo er völlig drüber ist, wo er überhaupt nicht zur Entspannung kommt. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020